Ich mache mit, weil es ganz wichtig ist, dass alle Menschen, egal Kinder, Jugendliche, Erwachsene, wenn sie Opfer von Mobbing werden, auch Hilfestellungen bekommen. Und vor allem ganz wichtig, dass sie auch wissen, wo sie diese Hilfe eben finden. Anfeindungen sind nie gut, natürlich im normalen Leben, in Anführungszeichen nicht, aber auch nicht im Internet, gerade dann auch nicht, wenn anonyme Beleidigungen, Beschimpfungen kommen. Und deswegen halte ich es für eine ganz, ganz wichtige Initiative, Ansprechpartner zu sein, darauf aufmerksam zu machen und vor allem zu zeigen, wo finde ich wirklich Hilfe. Und nicht erst in fünf, sechs Wochen, sondern genau in dem Moment, wo ich sie brauche.